Einer der Kernaspekte von Valorant ist der, dass ihr jedes Spiel einen von vielen einzigartigen Agenten wählen könnt, welche alle verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Da Valorant jedoch noch zusätzlich ein Teamspiel ist, könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden eure Fähigkeiten von euren Agenten kombinieren, um noch mehr aus euren Agenten rauszuholen. Daher stelle ich euch heute die 5 stärksten Agenten-Kombos vor, mit denen ihr gemeinsam mit eurem Mate im Rang aufsteigen könnt. Fangen wir also an mit Platz 5 und dort haben wir die Kombination Raze und Sage. Und ihre große Stärke ist die Kombination aus den Slow Orbs und der Raze Utility. Wenn ihr wisst, dass die Gegner pushen, könnt ihr also aus sicherer Position als Sage eure Slow Orb werfen und damit nicht nur den Push verlangsamen, sondern auch eurer Raze die Möglichkeit geben, eine Granate zu werfen, wodurch sie ordentlichen Damage verursachen kann, da die Gegner eben geslowed sind. Und natürlich geht das gleiche auch mit der Raze Ultimate. Mit dem Raze Bot könnt ihr dabei noch zusätzlich immer die Gegner spotten, damit ihr eure Utility auch nicht verschwendet. Sprich, ihr lasst euren Raze Bot fahren und wenn er triggert und mehrere Gegner hört, slowt ihr einfach und werft die Granate hinterher. Grundsätzlich habt ihr mit dieser Kombo sowohl auf Attack als auch in Defense ein gutes Duo. Denn durch den Sage Pick könnt ihr natürlich eure Mate immer am Leben halten, sei es durch den Heal oder durch den Revive. Und außerdem sind beide Agenten aktuell in der Meta und auf jeder Map valide, wodurch ihr mit der Kombo eigentlich auch gut aufgestellt seid, solange es noch keinen Map Pool gibt. Und neben der Tatsache, dass die beiden Agenten wirklich gut miteinander harmonieren, haben beide Agenten noch super hohes Solo Carry Potential, wenn ihr beide auf das letzte Stück ausreizen wollt. Mit Raze könnt ihr dabei nämlich die Double Spatula Moves erlernen, die die Gegner immer wieder aufs Neue überraschen werden, da ihr mit atemberaubender Geschwindigkeit eben auf einmal hinter sie fliegt. Und mit Sage könnt ihr dabei die Extended Walls erlernen und dabei die Gegner aus lächerlichen Winkeln pieken. Bei der Mechanik sind jedoch recht schwer zu erlernen und vor allem braucht es Zeit, um sie konstant durchzuführen. Aber Übung macht er bekanntlich den Meister und am Ende verspreche ich euch, dass sich das auf jeden Fall auszahlen wird. Kommen wir damit zu Platz 4, welchen sich Phoenix und Sova geholt haben. Auch hier haben wir wieder einen aggressiven Agenten, der von einem passiven Agenten unterstützt wird. Die Kernidee ist nämlich dabei, dass der Sova-Spieler die Gegner mit dem Recon Arrow spottet und Phoenix mit seinen Flashes entsprechend engaged und die Entry Flags holt, sowohl in der Defense als auch im Metaic. Und vor allem könnt ihr mit der Kombo auch gewissenhaft ulten als Phoenix, da ihr wisst, dass dort zumindest ein Gegner steht und ihr nicht ins Leere ultet. Als Phoenix-Spieler, sowohl als Race-Spieler, solltet ihr dabei gutes Aim mitbringen, aber auch Confidence. Und als Sova solltet ihr euch ein paar coole Lineups raussuchen, mit denen ihr die Gegner aufdecken könnt oder gewisse Spots mit den Double Shock Darts klären könnt. Die Kombo könnt ihr dabei auch auf allen Maps spielen, allerdings solltet ihr als Sova-Spieler auf jeden Fall ein paar Lineups auf den verschiedenen Maps haben. Auf dem dritten Platz haben es Brimstone und Cypher geschafft, welche ich ja auch schon mal in meinem Brimstone-Guide angesprochen hatte. Die Idee hinter den beiden ist nämlich die, dass ihr als Cypher die Trap-Wires bei den Eingängen platziert und wenn die Gegner kommen, Brimstone die Trap-Wires smoked, sodass wenn die Gegner durch die Smoke durchpushen wollen, ihr sie durch die Smoke sehen könnt und damit abschießen könnt, sie jedoch euch nicht, da sie eben in der Smoke sind. Wenn ihr euch für die Kombo entscheidet, habt ihr dabei auch schon einen direkt zugeschnittenen Guide, wie man Brimstone spielt, den ich euch auch jetzt nochmal verlinke. Für den Cypher-Spieler wird dabei demnächst auch noch ein Agenten-Guide folgen. Abonniert also am besten den Kanal, falls ihr das an euch getan habt, damit ihr ihn nicht verpasst. Sobald er fertig ist, werde ich ihn natürlich euch auch hier verlinken. Ich werde im Übrigen nach und nach zu allen Agenten einen Guide bringen, da das in letzter Zeit sehr oft von euch gefragt wird. Allerdings möchte ich mich eben auch erst mit jedem Agenten eine gewisse Zeit lang auseinandersetzen, weshalb das etwas dauern wird. Jedenfalls könnt ihr die Kombo auch auf fast jeder Map auspacken, außer auf Icebox würde ich euch eine andere empfehlen, wie zum Beispiel unseren zweiten Platz, welcher im E-Sports und auch das ein oder andere Mal schon verwendet wurde, und zwar Astra Killjoy. Auch wenn Astra schon seit mehreren Wochen im Spiel ist, ist sie noch nicht so wirklich angekommen und bisher haben die Spieler auch noch nicht so einen richtigen Verwendungszweck gefunden, was nicht bedeutet, dass sie keinen hat. Jedenfalls könnt ihr mit dieser Kombo die Nanoswarms mit euren Sternen kombinieren und die Gegner bei einem Push mit eurer Strudel-Ability als Astra in die Nanoswarms von der Killjoy reinziehen. In den aktuellen VCT-Challengers wurde diese Kombo auch schon mal gespielt und das Ganze sah ziemlich ekelhaft aus. Und zusätzlich habt ihr noch eine ziemlich starke Ulti-Kombo, denn mit der Killjoy-Ultimate könnt ihr die Gegner vom Spot vertreiben und mit der Astra-Ultimate könnt ihr es den Gegner dann ziemlich schwer gestalten, ihn zu retaken, da sie durch die Wall nicht durchschießen können und damit selbst durch die Wall durchlaufen müssen, wo allerdings ihr schon wartet, um sie abzuschießen. Und auf dem unbestrittenen Platz 1 ist Jet und Breach, denn keine Agenten-Kombo ist so aggressiv und belohnend wie diese. Im Stream hatten wir diese Kombo auch schon einige Male gespielt und um euch zu zeigen, wie lächerlich stark diese Kombo ist und um euch gleichzeitig zu motivieren, heute Abend wieder im Stream vorbeizuschauen, gibt es jetzt doch mal einen kurzen Clip dazu. Ja, ich poch. Sauber, Leute. Hast du mich? Hast du mich? Ja, ja. Oh, nein. Aber die Flash hatte ich. Zweite Flash kommt. Ja, ich hab halt sechs Leben. Ich hab halt sechs Leben. Und lass uns... Ja, so funktioniert das. Das macht richtig Laune. Die Strategie geht ganz klar nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Und solche Szenen, wie ihr hier im Hintergrund seht, sind keine Ausnahmen. Die Kernidee der Kombo ist eigentlich auch recht einfach. Breach flasht, während Jet reindasht, um eben diese Distanz schnell zu überwinden und die Gegner eben abzuholen. Und wenn ihr diese Kombo lange übt, werdet ihr damit sehr erfolgreich sein. Vor allem, weil die Gegner niemals so einen schnellen und starken Push erwarten, beziehungsweise nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Daher könnt ihr auch immer mal wieder zur Abwechslung eine Runde aussetzen mit dem Pushen und die Gegner damit nervös machen, zumindest wenn ihr in der Verteidigung seid. Und falls die Gegner mal nicht dort sein sollten, wo ihr pusht, ist das auch viel wert, da ihr eben diesen Spot nun ausschließen könnt und entweder weiter pushen könnt oder eben zurückfallt und auf die anderen Spots rotiert. Mir persönlich macht diese Kombo am meisten Spaß, weshalb ich mich in den letzten Wochen auch intensiv mit Breach und Jet auseinandergesetzt habe. Beide Agenten haben nämlich ein sehr großes Potenzial. Jet ist ein Entry-Frager und Initiator und kann mit vielen Spielstunden echt ekelhaft werden, vor allem was ihre Ultimate in Kombination mit den Updrafts angeht. Und Breach kann wirklich verdammt nervig werden, wenn ihr die Flashes gut kombiniert. In der Verteidigung wollt ihr dabei direkt immer am Anfang der Runde rauspushen und versuchen die Gegner mit den Flashes und dem Push zu überraschen. Im Angriff wollt ihr hingegen erstmal zu einem Punkt vorpushen und dann als Jet Backside dashen, während Breach diese vorher geflasht hat und der Rest des Teams natürlich gemeinsam den Punkt einnimmt. Als Jet müsst ihr dabei jedoch auf euer Team vertrauen, dass sie euren Rücken frei halten, während ihr Backside klärt. Manchmal kann es nämlich vorkommen, dass jemand noch close steht und euch anschießt. Vertraut dann einfach auf euer Team, dass sie reinpushen, deren Aufgabe ist es nämlich, diesen abzuholen, während sie Fokus auf euch haben. Am besten ist diese Kombo auf Haven, aber auch auf Split oder Ascent ist diese Kombo recht gut. Auf Icebox und Bind würde ich euch von dieser Kombo eher abraten und eine der anderen empfehlen. Wenn ihr doch im Übrigen Lust habt auf einen detaillierten Breach, Jet Guide oder auch Gameplay, dann lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr die 200 Likes knackt, werde ich euch auf jeden Fall auf den verschiedenen Maps Strategien zeigen, wo ihr wie am besten pushen könnt. Bis hierhin soll es das jedoch erstmal gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Freitag aufs Neue einen Guide, bei dem ich auch gerne auf eure Wünsche eingehe. Also lasst mich gerne wissen, zu welchem Thema ihr euch noch einen Guide wünscht. Oder schaut einfach heute Abend mal im Stream vorbei. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Haut rein!